Freddy, danke. Weckt sogar Tote wieder auf das Bier, ne? Video, Tagebuch, Tag 2, Entschuldigung. Wie ihr seht, sehe ich immer noch nicht ganz gesund aus. Mir geht es auch nicht so gut, ich klicke hier in einem Sarg, kann man ja soweit sagen. Und mehr darf ich euch leider immer noch nicht mitteilen, weil das werdet ihr alle sehen, wenn, denke mal so Ende November das Video auf den Markt kommt. Ihr seht aber schon anhand der Locations auch von gestern und heute, dass es ziemlich interessant wird und auch eine ganz geile Story wird. Also, so dann, hier geht es gleich wieder in mein Bettchen. Und dann bis morgen klemmt sich natürlich ein richtiger Rocker zwischen die Beine. Und dann bis morgen, 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 bis morgen